In diesem Film lernen Sie, wie Sie einfache nummerierte Listen erstellen und unerwünschte Listen in normalen Text zurückverwandeln können. So geht's. Markieren Sie die Absätze. Klicken Sie im Register Start auf das Symbol Nummerierung. Bei mehrzeiligen Absätzen gehen Sie genauso vor. Erst markieren, dann Symbol Nummerierung anklicken. Um eine unerwünschte Liste wieder in normalen Text zurückzuverwandeln, markieren Sie die Absätze und klicken auf das Symbol Nummerierung. Handelt es sich um einen einzigen Absatz, dürfen Sie, wie bei allen Absatzformaten, auf das vorangehende Markieren verzichten. In diesem Fall klicken Sie erst in den Absatz, dann auf das Symbol Nummerierung. Word denkt mit und aktualisiert die Nummerierung. Sobald Sie die Nummerierung für den mittleren Absatz wieder einschalten, aktualisiert Word die Nummerierung erneut. Sobald Sie die Nummerierung. Sobald Sie diese Nummerierung? Sobald Sie die Nummerierung mal Nursing. Sobald Sie mich kurz und sie wieder einschalten, wie bei allen Eument Janeiro. Sobald Sie esVID marsch, dann in Ernst nü으�OLoß. Sobald Sie das Ganze? Sobald Sie esите. Sobald Sie die Nummerierung sicherlich anlasse dr seguirz, dann in Grund Edge Zukunft setzen alle bzw. sobald Sie dann in das Landhöchland. Sobald Sie получится wer die Nummer 15 oder 6 oder sobald Siefernfigurar. Vielen Dank.